Die 1. FC Nürnberg plant im Sommer mit insgesamt sechs Abgängen. Einige Spieler verlassen den Klub, da sie nur ausgeliehen sind, andere werden aufgrund des Leistungsprinzips oder Verletzungen aussortiert. Nach Sportbildinformationen möchten die Nürnberger im Sommer den Kader etwas ausmisten. Drei Nürnberger sind bis zum Saisonende durch eine Laie an den FCN gebunden, werden den Verein jedoch mit Ende derselben verlassen. Robert Bauer kehrt zwar zu Weder Bremen zurück, wird sich aber voraussichtlich einen neuen Arbeitgeber suchen müssen, da er dort kaum eine Perspektive besitzt. Mittelstürmer Yuya Kubo kehrt nach Belgien zum Kargent zurück und wird dort, Stand jetzt, in der Kaderplanung eine große Rolle spielen. Der dritte Leihspieler ist Matthäus Pereira von Sporting Lissabon. Den Flügelstürmer würden die Klubbosse gerne behalten, jedoch liegt die Ausstiegsklausel bei 60 Millionen Euro, was das Vereinsbudget eines Abstiegskandidaten natürlich bei weitem überschreitet. Des Weiteren möchte sich der FCN von Dennis Lippe trennen. Der Jungprofi hatte sich im März 2017 nach sechs Zweitliga-Einsätzen das Kreuzband gerissen. Seit nunmehr 22 Monaten laboriert der Außenverteidiger an der Verletzung und eine Rückkehr ist nach wie vor nicht in Aussicht. Im Dezember berichtete Trainer Michael Kölner auf die Nachfrage nach dem Krankenstand, Lippe ist immer noch in der Reha, es ist ein schwieriger Prozess, weil er immer wieder von muskulären oder anderen Problemen zurückgeworfen wird. Er ist jetzt noch bis Weihnachten in der Reha und dann müssen wir schauen. Versucht seit fast zwei Jahren einen Kreuzbandriss auszukurrieren, Dennis Lippe hat. Den Verein verlassen muss aller Voraussicht nach auch der dritte Torwart Patrick Kland. Der im Sommer ablösefrei vom FC Freiburg gekommene Spieler, wurde ohnehin nur mit einem Einjahresvertrag ausgestattet, der zum Ende der Saison wohl nicht verlängert wird. Der letzte Streichkandidat ist Edgar Salih. Der 26-jährige Kameruner, der vor zwei Jahren vom AS Monaco nach Franken gewechselt war, kam diese Saisons bloß auf 84 Spielminuten. Da auch sein Vertrag nach Saisonende ausläuft, spielt er ebenfalls in den Zukunftsplanungen des FCN keine Rolle. .